Freunde, das sind für euch sichtbar neun, aber es sind nicht neun, es sind jetzt schon mal zehn, die ersten zehn von 2000 und von über 1500 vorgestellten Büchern. Und jetzt kommt meine allererste Signatur und zwar diese Signatur für jemand ganz Spezielles, für jemand ganz Bestimmtes und ich zeig's euch mal, vielleicht fällt euch was auf, an dem Namen hier. Dieses Buch ist von Calvin Hollywood. Warum das so ist? Er hat mit eine Verantwortung, dass es dieses Buch heute gibt. Dazu gibt es vielleicht irgendwann noch eine Geschichte dazu und das ist meine allererste Signatur, die ich heute eintrage und danach müssen wir es laufen lassen, weil es müssen von diesen vorgestellten Büchern, müssen glaube ich 40% signiert werden. Und das bedeutet, dass wir den ganzen Tag nur am Signieren sind und am Verpacken. Deswegen, erste Signatur, and then für the only Calvin Hollywood. Von Herzen, yes. Und ihr könnt jetzt fleißig bestellen, denn ab sofort gibt's das Buch. Und wir machen weiter. Die nächste auch noch mal, also Dirk und sowas, die nächsten vier können noch darüber dazu machen. So, und das war jetzt das erste Buch für den Calvin und jetzt gleich noch jemand, Besonderen in meinem Leben, der sich da reingeschlichen hat und das ist der Dirk Kreuter. Auch der Dirk Kreuter bekommt jetzt als nächstes gleich nochmal ein Buch für Dirk Kreuter. Ja, aber für den Dirk Kreuter, da muss ich mir jetzt noch was überlegen, einen coolen Spruch werde ich mir überlegen und Dirk Kreuter einmal. Dann, ganz wichtig, Jungs, das müsst ihr euch merken, für die Schwiegermama, die Schwiegermama bekommt auch eins, die hat es nämlich verdient. Warum? Weil es die beste Schwiegermama auf der Welt ist. Und so haben wir jetzt noch einige Familienangehörige, die auch noch dazukommen und ja, wir haben Arbeit und wir machen jetzt nämlich weiter. Und euch wünsche ich ganz viel Spaß im Kochbuch und vor allem, Bestellen nicht vergessen.